jetzt bin ich mal gespannt kenne ich gar nicht einfach planen und ausführen mit einer millisekunde spielraum für fehler kein problem kinder spiel auf deinen bauch ja scheiße eine schwingen herausforderung bei der es um spontane problemlösung geht guter lehrer ja und wie ich wusste den central park vorher nie wirklich zu schätzen jetzt liebe ich ihn gebrannte mandeln darauf hätte ich ja so geil super gut ich komme bei den herren doch in hell's kitchen ich muss noch als kitchen halt ich habe ja gar nichts du kannst gar nichts haha und tschüss warms die und schön auf die fresse nein 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 kann dir zeigen und zufrieden junge wir sind nicht verheiratet gar nicht und tschüss so dann kommt man her freunde es ist mega ehrlich ist es so geil aber soweit von räuber 0 genau nutzt die app dann bin ich immer für dich da kostet auch nichts nur ein paar pfennig 50 ja absolut aber dafür hast du echten guten ball ist ja dann wollen wir uns mal mit onkel aaron treffen mit dem brawler ja ja stimmt jetzt ein ja dann musst du es ja auch bei den 1. spiderman muss es ja auch gehen aber hier hast du das überlegen warum nicht der hatte gesagt ist da dann nehmen wir so alles mit hier so logisch und tschüss ja ich halte mich raus mir reicht es langsam nein 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 so mein freund ja du klebst daran wie so ein führer team ist erledigt genau lasch warten was schlafen ja ich hätte auch trägt das dinge mitmachen sollen naja gut nicht so tragisch die er meldet sich später mit der underground das ist ziemlich viel auf einmal du bist 17 gestresst und du bist ein superheld du musst dich auch mal entspannen will studien auch nicht besonders oft seit dem hier das sind Das ist ein kleines Projekt von früher, von deinem Dad und mir. Unser Mixtape fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es nie fertig geworden ist. Wir haben Straßenlärm gesampelt. Die Stadt sollte den Beat vorgeben. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach... Aber du kannst es fertigstellen. Und es macht deinen Kopf frei. Ja, okay. Das muss ich tun. Lass das mal. Ich erklär's dir. Ja, dann lass mal gucken. Klar, Geräusche erkennen oder sowas. Ich hab Hologramme als Hilfe gestellt. Scanner die Quelle. Hologramme, hä? Klausst du meine Moves? Ha, ich hab's aber... Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's nicht an Fending. An Sounds denken. Den Kopf frei kriegen. Scanner die Hologramme. Das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. Jetzt such den Original-Sound und hol dir eine saubere Aufnahme. Also, das ist eindeutig eine Glocke. Ja. Eine Boje? Kann sein. Aber wo? Ich muss mal da oben hingehen. Noch auffälliger geht's ja nicht. Ne. Warte mal. Da. Yeah. Sauber. Oh, fünf Stück? Geil. Die anderen Sounds für dich sind in der Stadt verteilt. Oh. Damit du ein Gefühl für die Orte kriegst. Okidoki. Na, das ist ja geil. Nicht jetzt. Schon wieder? Hey, was Gutes gefunden? Ja. Wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und es macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandernde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig. Hm. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig. Sammle alles Samples. Dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay. Danke. Der hat zweimal gesagt, jetzt nicht. Wer ist er und mit wem arbeitet er zusammen? Er hat ja mal gesagt, er arbeitet mit, hat für einen Krieger, aber ein klar, logisch. Ich war fertig. Okay. Ich rufe Finn an, sobald ich startbereit bin. Alt. Danke. Braucht nicht jeder einen Ohmmeter? Ja, auf jeden Fall. Alter, der Fernseher. Ja, ich kenne noch die alten Röhrengeräte. Ja. Wow. Die waren mega. Ich wünschte, du wärst noch hier, Rick. Finn und ich könnten dein Rad brauchen. Drehen. Was? Früher war alles viel einfacher. Congrat, Malz und Finn. You're gonna kick. Ach so, ja. An Malz und Finn tritt der Highschool in den Arsch. Ja. Das soll doch richtig sein. Ja, alles klar. Moment. Nee, da ist nichts mehr. Gut. Wow, man entdeckt also wieder irgendwas Neues. Hat man ja auch noch nicht. Nee, halt. Ja, sorry. Ich sag dann immer, ja. Für mich eigentlich, ja. Den hat Onkel Aaron mir geschenkt. Wir sollten mal wieder spielen. Jawoll. Tritt sind schön in den Arsch, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Aber für wen? Genki? Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Oh. Hui. Mama ist eine Flotte. Ja. Oh, sie hat aufgeräumt. Na, guck mal hier. Sie hat ein Platt. Mhm. Was ist da? Das muss abuela bei einem Protestmarsch sein. Ach so, abuela. Die Politik liegt bei uns in der Familie. Ja, da ist aber nix, oder? Aber das Bild war zerrissen. Und wieder zusammengesetzt. Vielleicht sagen sie langsam wie Mams Zimmer aus. Halt. Mom Rockdance. Sie kann gar nicht verlieren. Nee, nee. Nein, deine Mutter kann noch nicht. Das Bad ist ein bisschen klein für drei. Mit mir, Mom und Genki. Na ja, ihr sollt ja nicht gleich alle drei auf einmal da reingehen. Also, äh, das ist mal alt. Hm? Auela, ihr Mann oder irgendwas? Wie Stan Lee sei er jetzt? Ja, ich muss dazu, muss ich auch nochmal was sagen. Zu Stan Lee. In Marvel's Spider-Man habe ich gesagt, äh... Musik wäre jetzt schön. Ja, das wäre, äh, Jo Hefner, habe ich gedacht. Leute, das war absolute Unwissenheit. Und ich muss mich... Ja. Und schauen wir mal. Ich muss sagen, Aaron fragen, wo das her ist. Ach komm. Ja. Mal drauf bauen. Ist ja eh Weihnachten. So. Besser gesagt, wir hatten Weihnachten jetzt. Ja. Heute ist der 29. Dezember. Komisch, sich Mams Kind vorzustellen. Nicht schlecht. Nein. Gut. Kommt, vier Tage zu spät. Nein. Nein. Hey, Alter, ich helfe deiner Mom mit den sozialen Medien. Das wird... Zeichnung Feuer. Malz wollte ich dich schlafen lassen. Ich bin in der Wahlkampfzentrale. Schreib, wenn du mich brauchst. Mal. Das ist schön, die Wohnung mal für sich zu haben. Ja. Finde ich auch. Auch mal eine Pizza rein oder so weit. Ja, mach mal was. Steak. Steak mit 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 dritten und so. Geil. Na gut. Wir haben fertig. Was ist das denn? Das sieht aus wie Formeln oder so weit. Ja, ach so. Die Größe von, 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 von wem? Na ja. Oh. Oh. Das da. Woher das Post kommt noch hier ein. Ich muss das nachsenden. Ja, warum machst du das nicht jetzt sofort? Hm? Ja, gut. Gut, da nicht. Gut, bei allem wollen wir uns jetzt mal. Wir haben fertig. Oh, ja. Kommen, wir können ja ein Zempel. Gut, dass alles heil geblieben ist. Ach so, wegen Umzug. Ja, da kann man manchmal das Pech haben. Und ab nach oben. Wenn ich da einer sieht, ey. Aber so schnell wie er ist. Zack, direkt umgezogen. Wie super, man geht rein und Sekunde später sind wir da draußen. Raus aus dem Lärm abgeschlossen. Yeah. Wir haben nichts. Ich kann machen, weil ich will. Das ist, äh, oder haben wir jetzt einen Raub hier irgendwo? Ne, Verbrechen haben wir auch nicht. Drei Points. Gesundheit erhöht. Plus fünf. Verzügtbare Punkte. Drei. Tres. Okay. Dann rufe ich mal Finn an. Nein, noch nicht. Hoffe sie geht ran. Hi. Spiderman. Finn. Hey. Wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlögst. Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm zu Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Das ist wahr. Trinity Church? Dann los. Aber was ist mit dem Prowler? Alter, da sag ich doch, da ist was. Ja, was ist mit dem? Alter. Wow. Miles, ein Helikopter soll außer Kontrolle geraten sein. Ne, da ist nichts. Wo sind die denn? Hallo Freunde. Hier ist der Danny Cast mit unserer Diskussion. Das ist ihr Intro. Schwach. Unter uns Profis nennen wir das den. Kamsi. Äh, äh. Wir können ihn bitten. Los. Das kann nicht sein. Na gut. Du hast mich gesehen. Jetzt muss ich erstmal wieder sammeln. Hohohohoho. Du bist weg. Ah, ah. Alter. war sie und noch mal ein rhein und jetzt auf das maul nein ich weiß aber ich versuche trotzdem hat nichts hast du dir so gedacht war es denn was war das denn da drüben moment alter zeigt ja logisch mache ich euch alle nein bist du bist du waren sie nicht da muss ich eben genau ich bin schwach und hau der brechwert auf dem haul so schwach bin ich alter ja ja machen wir ja schon die nächsten oder sind reichlich ja 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 na gut aua wo 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 Der war mal nicht so witzig密 kann genau ich hörst du nicht schuld lieh dich du Nix ist. Da haben's die. Nein, nein. Ein Leben nicht. Aua. Der Typ ist gut. Oh, ein Tschüss. Nee, noch nicht. Ja. So nicht. Sauber. So, komm, den muss ich hier noch eins werden. Ja. Sauber. Das war der letzte. Wow. Das ist echt. Was verdiente Toten hier? Mal ehrlich. Wow. So, vielleicht haben wir was. Du hast geholfen. Ich lasse dich gehen. Danke. Gut. Haben wir hier irgendwas Neues? Was habe ich denn hier überhaupt drin? Reduziert Schaden. Ja, okay. Auch gut. Na ja, gut. Aber sonst ist ja hier nichts Neues. Ne, Fertigkeiten. Wie viele habe ich da? Drei. Was ist das? Von der Wandangriffe lösen beim Aufkrall. Venom-Schocker kann nur einmal alle fünf Sekunden. Den nehmen wir. Wenn die Gegner mit Venom-Angriffe besiegt werden, kostet der letzte Schlag. Ja, gut, okay. Wenn im Schlag verursacht getarnt. Nein. Gedrückt im Tarn eingesponnen. Warte mal, halte. L1 in Ernst gedrückt. So. Hm. Was war das hier nochmal? Hm. Nett. Aber warte mal. Ja, genau. Zack. Na, sauber. Lassen wir es. Gut. Alles in Ordnung. Der Heli kann New York nichts mehr anhaben. Ne, ne. Nicht wirklich. So, lass uns mal. Da wollen wir hin. Ja. Das sind jetzt richtig Kilometer, die wir abreißen müssen. Ja. Alter, jetzt geht es richtig ab. Ich sage ja, mit dem Sammeln. Aber so wie das aussieht, kommt immer mehr Sachen zum Sammeln dazu. Ja, die drei Basisse, die mache ich natürlich auch noch. Keine Probleme. Aber. Ja. Die werden wir schon mal kriegen. So, was ist das für ein Sampler? Bin mal gespannt. Halt. Halt. Hör mal rein. Dann Dad und ich sind als Kinder jeder hat einen guten Beat. Hat einen guten Beat. Das ist Dads und Onkel Aarons Kindertagen, das mit Rhythmus zu tun hat. Oh. Das hört sich an. Fast wie ein Zug, weil ich sehe es da automatisch. Warte mal. Nein. Ja, hi. Das ist das. Aber nicht richtig. Aufnahme bereit. Was ist das? Ich brauche was anderes. Nein, nein. Das ist das schon. Übereinstimmung? Na geil. Ja, nein. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber dein Dad und ich haben hier in der Nähe gewohnt, bevor wir in der Highschool nach Brooklyn zogen. Das ratternde Zugräder, das quietschen der Bremsen beim Anhalten und Abbiegen. Das erinnert mich an die nächtlichen Gespräche mit deinem Dad. Meistens marken wir uns aus, was wir später werden wollten. Ich wollte ein Außerirdischer sein. Denn Dad fand immer was Neues. Arzt. Feuerwehrmann. Sozialarbeiter. Er wollte den Menschen immer helfen. Ja, das hört sich nach Data. Tja, das ist nun mal ein Fein. Weißt du, was wir lassen uns in die Richtung? Moment. Ah, da haben wir doch schon wieder mit. Das ist so heavy geil. Ja. Aber einen anderen Anzug will ich gerne haben. Wieder mal. Ja, schauen wir doch mal aus. What the hell? Sag mal, wo ist das denn? Wow, das ist aber weit weg. Diese Werbetafel wird gerade vom Underground sabotiert. Die müssen hier sein. Soweit ich das Underground geordnet habe, weiß ich, wo die Versteck ist. Ja, ja. Ja, machen wir. Ist ja gut. Song. Und jetzt folge ich Ihnen. Guck mal, sogar in diese Richtung, wo wir brauchen. Aufmerksamkeit von der Presse. Sie sollten in... Und bingo. Bimbo. Und underground. Oh. Jawoll, sprach die All. Jetzt geht's. Aber ja, 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 ja. Ich habe vergessen, dann in der Luft und schlagbar mit der Haua. Eik. aber alter das geht nicht gut das geht nicht nein 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 das geht nicht gut ich muss mal eben das war blöd ja mein freund erst mal dahinten nein 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 Awa Awa BAMSTI mein freund du bist erstmal jetzt dran und du auch moment wir werden jetzt erstmal ja einsammeln wo ist der transmitter transmitter da ja auch nicht schlecht ja auch nicht verkehrt so lasst uns wo ist denn da lass mich mal schauen die freunde das ist jetzt man die teilen ist zu ende und ja bis der nächsten folge